Nun die Stimmen aus Dublin, aus Irland. Sechs Punkte nur für Großbritannien aus Irland. Moldau, Rock'n'Roll, der verrückten Sorte, 96 Punkte. Zehn Punkte für die Musical-Ballade. Zwölf Punkte an Dänemark, 108. Nun die Stimmen aus Spanien. Drei Punkte aus Spanien an Deutschland, sieben für Irland. Zehn Punkte für Frankreich, damit rückt Frankreich auf den 15. Platz. 12 Punkte an Italien, 12 Punkte aus Spanien. 565 Punkte an der zweiten Stelle, das ist wirklich die eigentliche Sensation hier. Deutschland an elfter Stelle. Israel stimmt. Heute Nacht ist Düsseldorf einmal nicht nur die Hauptstadt der Mode und des Karnevals, sondern die Stadt der europäischen Musik. Ich freue mich sehr dabei zu sein und danke für einen wunderschönen Abend. Ein großes Kompliment an Düsseldorf aus Israel. Israel didn't make it to the grand final this year. I would like to say thank you to Miss Dana International. We love you. You will always be our Diva. And now indeed it's time for the first results of the Israeli vote. And we continue with eight points to Alexei Vorobjov from Russia. Immer eine starke russische Gruppe in Israel, daher acht Punkte. Zehn Punkte für Dänemark aus Israel. And the 12 points from Israel will go to the probably most popular guy in the house, Eric Sade, Sweden. Schweden. 12 Punkte aus Israel, sind auf dem zweiten Platz, die Schweden 166, kurz für Italien und jetzt. Estonia is next. Die Stimmen aus Island. Hey Anke, and hello Düsseldorf. This is Talent Calling. Here are the first results of the Estonian vote. And now, our eight points go to... Aserbaidschan. Ach gut, Aserbaidschan, das nähert sich ja schon beinahe einer Entscheidung. Estonia's ten points go to... Denmark. Zehn Punkte für Dänemark. And finally, our 12 points go to Sweden. Schweden rückt nach, nicht überraschend aus Estland. 206, 178, 171. Moldova is next. Good evening. Geta. Burlacu. Es ist wirklich ein Herzschlag-Finale, das passt zum Motto dieses Eurovision Song Contests. Feel your heartbeat. Hello Düsseldorf. Thank you for the wonderful show. Oh, it's a pleasure to be a part of it. And let's see the Moldovas vote. Russland, nur fünf Punkte. Georgien sieben. Und jetzt... And now, eight points go to Ukraine. Die Ukraine. Oui, point. Acht Punkte. Ten points go to... Azerbaijan. Zehn Punkte für Azerbaijan. Azerbaijan, dix points. Und ich wage es zu sagen, das ist der Sieg. Twelve points from Moldova. Moldau. Stimmt. La Romania, douze points. Thank you very much. Zwölf Punkte an Rumänien, aber das Wichtige ist, Aserbaidschan hat gewonnen. So haben wir hier berechnet und haben uns hoffentlich nicht getäuscht. Das würde bedeuten, der nächste Song Contests findet in Baku statt. Die Votes aus Belgien aus Brüssel. Fünf Punkte aus Belgien für Deutschland. Damit sind wir wieder auf dem zehnten Platz. Acht Punkte für Griechenland. Rumänien holt überraschenderweise dann doch nochmal auf. Et enfin, la Belgique, qui a tribut 12.a. La France. Aus Belgien, zwölf Punkte an Frankreich. Dabei war der Song gar nicht in Französisch gesungen, sondern nur in Korsisch. Aber das versteht man in Belgien dann auch vielleicht nicht. Wer weiß. Aber hier sehen Sie schon, Sie scheinen es verstanden zu haben. Und jetzt das letzte Land und Sie sehen, Sie können nicht mehr verlieren. Und die Schweiz leider auf dem letzten Platz mit 19 Punkten. Mit diesem schönen Song. Das ist eigentlich nicht verdient. Nun die letzte Abstimmung, das letzte Vote aus Lettland. The first results of the Latvian vote. And top three. Eight points go to Germany. Acht Punkte für Deutschland aus Lettland. Das ist schön, wirklich. Damit sind wir vor Großbritannien. An 10. Stelle. Irland rückt dann nochmal vor. Vom Norden auf den 8. And finally, 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 and final 12 points go to... You make me feel so good inside. Welcome back, Italy. 12 Punkte aus Lettland. Und das bringt Italien an den...